Das war Vardar. Und von Vardar getrunken. Du hast noch ein guter Job von Vardar. Das war der von Sercan Vardar. Sercan Vardar. Der türkische Defenswert. Sercan Vardar mit dem Set. Was geht ab Leute? Hier ist wieder euer Berjan. Ich bin, wie man unschwer erkennen kann, in Stuttgart. Heute ist Tryout für die 2023 Season. Und ich bin natürlich wieder dabei beim Tryout. Ich nehme euch mit und zeige euch ein bisschen was. Was hier so abgeht. Neue Coaches, Veränderungen, alles mögliche, neue Spieler. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Was? Beskannte Gesichter. Brian, zeig mal dein Gesicht. Aufgestockt, Jungs. Aufgestockt. YouTube-Money. Ja, das ist ein bisschen. Ich bin jetzt schon wieder hierher und gucken mal an der Stehung. Wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr. Ja, ja. Ein bisschen Video. Aber ohne Tone. Ohne Tone, ja. Alles egal was wir hier sprechen. Alles egal was wir hier sprechen. Alles. Das ist ein bisschen. In unserer Organisation und unserer Franchise. Nr. 1, ich denke, das ist eine neue Erre. Das ist eine neue Erre. Das ist absolut alles, was wir gesehen haben in den letzten Jahren. Wir haben jetzt gemacht. Wir haben jetzt ein guter Job gemacht. Wenn ich mich an die Staffen wir haben, und die wir haben. Die Staffen sind sehr experienced. Coaches. Coaches who have coached at the highest level. Coaches who know exactly how to work and get the absolute most potential out of each and every one of you. If in the end we end up making a deal and deciding to get you here. And you deciding to want to be here. Okay. We are building a legit football team. Alright. A very legit football team that from day one that will be ready to compete. Alright. So, and that's going to be done. One of the first things my goal was here with the surge was bringing a lot of the local talent back. Bringing a lot of the Stuttgart area talent back home and getting them excited to play for the city again. That I feel we've already accomplished. Alright. The next thing we're doing is we are adding German talent. Okay. From around the area. Okay. Whether you put a dot right where Stuttgart is and draw a two hour circle around it. And expanding outwards. And to own that area of recruiting as well. And it doesn't matter who we are recruiting against. I don't care if it's the Galaxy. I don't care if it's Paris. I don't care if it's Munich. I don't care if it's Italy. It does not matter to us. We win those recruiting battles more often than we lose. Okay. And we do it because we believe completely in what we're selling. and what we're able to offer you guys as football players. Okay. Um. We're gonna build a culture on how we treat people. That's something we have brought with us in this staff. What's made us successful from where we've come from. Is how we treat people. We build a culture. Okay. Of understanding. That y'all have jobs. You have wives. You have kids. You have stuff going on. Right. And we understand that. And we want to work with every situation that comes up. Okay. There is a certain level of expectation. We obviously are going to want you here as often as possible. And to become the best football player you possibly can. But. Ultimately what builds a successful football team. And a successful franchise. Is continuity. The only way you achieve that continuity. Is treating people a certain way. And wanting them to come back. Over and over and over and over again. And that is something we as a staff. Understand very clearly. And which is why it's so important. That we build good relationships with each other. Alright. Um. Development. In my opinion. There is not a staff that can develop you as good as our staff can. We have the best coaches in my opinion in all of Europe. We have some of the most experienced coaches. And whatever potential there is in you. That was intense. Whatever potential there is in you. We will pull out of you. Okay. There is no doubt about that. Okay. Because it's not about going and getting just the best names. And the best guys. Or the highest. You know. Profile. Or whatever. Okay. It's about finding the right guys. Which is exactly what we do. We look for the right kind of people. The right character people to play for us. Okay. And then it's our job to pull everything out. Okay. And which is that's something we will absolutely do. Okay. One of the reasons I took this job is because I felt about the potential in Stuttgart. Okay. And it's actually surprised me a little bit to be honest with you. How much more excited I've become about working here. And seeing the potential not only in the city. Like the football city of Stuttgart. But when we look at this stadium. And I hear more and more about the fan base. Because that was something that drew me into. When I talked to my Swarco contacts. Or I talked to my Vienna contacts. Okay. They all said the same thing. That when you play here. It's a hell of an experience. That the fans are loud. The fans are crazy. And all that kind of stuff. And for me there's no doubt. When we put the kind of team we're going to put on the field here. Next year. It's going to be even more. Okay. It's a sleeping giant here. And it's us and our job as players and coaches. To wake up this sleeping giant. Which I have no idea. Or I have no doubt we're going to be able to do. We're working. Three signers. Let's go. Go! 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 4 Yard ist durch. Eigentlich 20 Yard für die Big Boys. Schau sie dir an, die wunderschönen Big Boys, die sich alle wegdrehen. Wink mal. Schau ihn dir an. Wink mal. Marcel, du wirst doch bestimmt, dass ich es gerade aufgewacht habe. Er wäre eigentlich dabei gewesen, aber... Er wollte eigentlich auch kommen, hat aber verschlafen. Ich sehe schon, dass ihr in 10 Jahren immer noch eure Sendung zusammen macht. Natürlich. Er schickt mir dann immer aus Amerika sein Material und dann... Fürstlich Auswandern. Checkt ab. Fürstlich Auswandern von Marcel. Instagram, Facebook, Twitter, überall. Ja. Schauen wir mal, wie es weiter geht. Da bin ich wieder. In Stuttgart. Heute ist es ein bisschen arg kalt. Deswegen ziehe ich immer wieder meinen Pulli an und ziehe ihn wieder aus. Und wir haben heute gar nicht so viele Drills. Wir haben nur diesen Sprint. Dann haben wir 20 Yard Shuttle. Dann haben wir Broad Jump. Und Benchen. Und Benchen wird lustig. Da bin ich gespannt, wer was schafft. Baba Darko ist leider diesmal nicht dabei. Keiner über 30 wahrscheinlich, aber der kommt gleich zuschauen. Das ist gut, ey. Das ist gut, ey. All the way. Jawohl. Schön. Ich hoffe. Das ist entschieden. Das ist ein Gap. Ja. 2,30 Meter. Wow, Maschine. Flieg, Marco. Flieg! Mach uns den Arsch runter. Komm, Marco. Pack die Chicken runter. Ah, shit. Fuck! Arsch runter. Ich vertraue den Knut. Ich habe nur eine Jump. Ich vertraue den zu 100%. Let's go, Baby. Komm schon. Oh, good shit. Ich habe genug. Komm, mach es mal hin. Scheiße. 2,36. Hey, consistency. Consistency. Die kleine Frosch ist wieder gesprungen. Bis die zwei Meter Mauer ist. Was, habe ich graue Haare gekriegt? Oh, ich habe zwei Jahre das Zeug gespielt. Oh, shit, das ist nett. Normalerweise ist das Vitalität pur. Das ist ein Blumen! Das ist ein Blumen! Das ist ein Blumen! Das ist eine Blumen! Das ist ein Blumen. Latsch geht's! Wir haben eine noch ein gaue Rei. Ich komme mal hin. Das ist ein Blumen! Ich komme mal hin! Komm, komm, komm. Glocken? PUSH! Ja, gut! Ja, gut! Da geht's! Liedbacker, die da was ich in den Nähen. Ich bin meinst. Na, ich bin meinst! Ready! Hey, Schauz! Just come, just come, okay? Ready! Ready! Come on! Up and down, up and down! Ready! 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 Punch, punch! Ready! Ready! Alright! S- button! Hey! 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 Siemen sich mal an! asto und wo kam und und der der und 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 Das ist ein links-Ding, oder hinten, ein Tor zu im Ober. Set, go! GOOOOOO! Hast du gemerkt? Dein hart ist rein, dein Ausstatt ist rein und du hast dich verstanden. Ja, ja. So, mich auch nicht. Okay. Gut lassen. Set, hit! Hit! Schieß! Ja! T .. Set, hit! JUMJUMJUMJUMJUM WOOOOO! Set, hit! 3, 2 und go! Ich hasse Kameras. Ich hasse immer noch Kameras. 3, 2 und go! Abonniert alle Serjan, sein Kanal. Bestes Kanal. Gute Videos. Ich bin auch immer drauf. Deswegen müsst ihr sowieso abonnieren. Jemanden, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Kostasin! Immer noch am Start. Year 3 Baby! Ein einsamer Krieger. Hahahaha! Bei dem Paul muss ich schon wieder so hoch schwenken. Hast du ein Upgrade von GoPro? Yes! Schau was! Ja! Was machst du eigentlich? Wir spielen ein bisschen. Aufgewertet jetzt, Bro. Nur weil ich ein Bändchen habe. Ja! Von der GoPro. Ja! Was hast du? Sony! Ich habe dich als Vorbild genommen, Bro. Ja, ich will so. Von mir hast du die Kamera gekauft? Die habe ich mir gekauft. Das ist echt deine? Ja! Geil! Ich komme ins Vlogs mit der Sony. Ja? Junge! Da hat sich viel verändert. Ja! Weißt du, Search Season 3. Da muss was passieren mit der Qualität. Da muss was passieren. Jetzt geht es doch nicht mehr weiter. Nicht mehr nur so GoPro, MoPro. Weißt du, ich bin neidisch. Hallo? Ich bin richtig neidisch auf dein Display. Warum? Weil ich es da drehen kann? Weil man dein Display rausdrehen kann. Bei mir nicht. Das ist der Sinn von dem. Weil es so eine Vlogging-Kamera ist. Ja, ist geil! Das ist ein bisschen... Mini Gravens, Alter. Mini Gravens, was ist das? Was? Das ist ja kein Mini Gravens, Alter. Kommt der noch so her. Junge! Er hat so gesehen, oh, Jordan kommt. Noch noch schnell zu mir. Jaaaa! Die Lappen, Alter. Der Mann, der normal immer hinter der Kamera steht. Er steht neben der Kamera. Er steht über der Kamera. Denkst du, das ist was besseres? Ja. Die Kamera. Die Kamera macht die ganze Arbeit. Genau. Ich weiß ja. Besser wie Kameras, dann muss man nichts mehr machen. Siehe mich. Grüß tausend mal. Tausend wieder. Hallo. Malik hat gesagt, er ist neidisch auf meinem Bildschirm. Wenn man jetzt auch ausklappen kann. Sag mal, wie war's? Gut. Ich fand's schön. Es war ein bisschen kalt und es hat geregnet, aber im Großen und Ganzen war es ziemlich gut. Und ich bin guter Dinge, dass es bei Surge nächstes Jahr auf jeden Fall anders und gut wird. Dreh dich mal um. Super. Super. Ja, schön. Ja, schön. Super, oder? Also, du hattest einen positiven Eindruck. Sehr positiv. Ja, okay. Sie filmt, nachdem sie gleich schon vorbei ist. Ist das ein Video? Das ist ein Video. Das ist schon ein Video, ja. Okay. Lenny, lieber Tryout. Scheiße. Oh. War nicht gut, aber egal. Hat Spaß gemacht trotzdem ein bisschen. Warum war's nicht gut? Ich hab mich nicht richtig vorbereiten können, weil ich krank war. Und dann, ich hatte gar keine Chance, richtig zu competen. Das war ein bisschen doof. Das tut mir leid. Ja, jetzt gucken wir mal, ob was rauskommt oder nicht dabei. Wäre cool, aber ja. Das war ein Big Boy. Vielleicht reicht's trotzdem. Ich hoffe, ich bin ja noch jung. Vielleicht nehmen die mich auch, weil ich noch zehn Jahre jünger bin wie alle anderen. Fingers crossed. Lenny. So. Wir sind jetzt gemütlich hier. Essen? Schön hier. Oder? Sehr schön hier. Und bitte tu hier danke. Ah, okay, danke. Schön hier. Sehr schön. Schön hier, oder? Mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Oh, es ist nicht mal Steady Shot an. Das ist komplett alles verwackelt wahrscheinlich. Schön hier. Schön hier. Du kannst den Bildschirm umdrehen. Dann siehst du dich. Wie geil. Die Kamera... Die Kamera... Die Kamera... Oh wow. Die Kamera ist sehr verrückt. Die Kamera... 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 Die Kamera...